Es ist tatsächlich passiert, Ethereum hat es geschafft, den sogenannten Merge durchzuführen und das bedeutet, es gibt jetzt eine neue Ethereum Blockchain, die auf Proof of Stake statt auf Proof of Work läuft. Seit vielen Jahren arbeitet man daran und hat immer gewartet, dass dieses Upgrade endlich kommen wird und jetzt am 15. September 2022 hat es endlich stattgefunden. In diesem Video schauen wir uns mal an, warum hat Ethereum überhaupt gewechselt, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile und wie geht es in Zukunft mit Ethereum eigentlich weiter. Vielleicht grundsätzlich erstmal der Ethereum Merge, warum nennt er sich überhaupt so? Das Ganze funktioniert so, vorher hatten wir hier eine Proof of Work Blockchain, parallel dazu ist diese sogenannte Beacon Chain gestartet, die eben unter Proof of Stake läuft und jetzt zu dem Datum eben am 15. September, wo das Ganze zusammengeführt wurde, gibt es jetzt nur noch eine weitere Blockchain, die sogenannte Proof of Stake Blockchain, auf der sich jetzt eben ein paar neue Möglichkeiten auftun und die anderen Nachteile, die wir vorher hatten, nicht mehr da sein sollen. Schauen wir uns als nächstes mal an, was denn eigentlich die Probleme bei Ethereum vorher waren, die man jetzt eben damit beheben möchte und das sind zum einen die Skalierungsprobleme und wenn wir uns mal hier anschauen, wie viele Transaktionen sind pro Sekunde möglich, das ist so eine ganz gute Kennzahl, TPS, Transactions per Second, also wie viele Transaktionen können pro Sekunde mit diesem Netzwerk durchgeführt werden und das sehen wir schon hier auf diesem Chart, das geht hier von 2015 bis 2022, 2021, das schwankt hier immer ein bisschen hin und her, aber so mehr als ungefähr hier so vielleicht 15 Transaktionen pro Sekunde sind nicht möglich und das ist wirklich super wenig. Also wenn man sich überlegt, wie viele von Tausende, Zehntausende, Hunderttausende an Transaktionen pro Sekunde weltweit durchgeführt werden, dann ist das natürlich super wenig und man merkt einfach, dass Ethereum da an seine Grenzen gekommen ist. Das sieht man auch ganz gut hier daran, wie hoch die Transaktionskosten denn bei Ethereum sind, denn die Transaktionskosten bei Blockchains, bei Kryptowährungen haben nicht immer einen festen Betrag, sondern sind immer abhängig davon, wie groß die Nachfrage gerade ist. Also das bedeutet, wenn ganz ganz viele Leute eine Transaktion gerade ausführen möchten, es gibt halt nur begrenzten Platz pro Block und wenn man in einen der nächsten Blöcke reinkommen möchte, muss man natürlich dementsprechend eine höhere Transaktionsgebühr in seiner Transaktion, die man selbst festlegen kann, angeben, um die anderen zu übertrumpfen, um selbst möglichst schnell in einen neuen Block reinzukommen und damit die Transaktion so schnell wie möglich ausführen zu können. Und das heißt, wir sehen es hier ganz gut, in solchen Zeiten wie zum Beispiel jetzt 2021, wo Krypto stark im Hype war, wo ganz viele Leute ja beispielsweise auch NFTs nutzen wollten und alle möglichen anderen Netzwerke, die ja auch darauf basieren, auf dem Ethereum-Netzwerk laufen ja eine Menge an anderen Projekten auch, die das Ethereum-Netzwerk benutzen, beispielsweise Chainlink zum Beispiel, hat ja keine eigene Blockchain, sondern benutzt Chainlink als ERC20-Token von der Ethereum-Blockchain. Und dann, wenn natürlich einige Leute hier Transaktionen auf der Ethereum-Blockchain ausführen wollen, dann sehen wir hier ganz deutlich, dass die Transaktionskosten sehr hoch werden können. Hier in der Spitze teilweise bis zu 60 Dollar, also das Ganze ist hier ein Dollar, pro Transaktion im Schnitt und das ist natürlich schon sehr hoch. Und wir sehen hier auch wirklich dauerhaft, war das Ganze hier über 20 Dollar oder wenn man so 20, 40, 50 Dollar oder sowas für eine Transaktion bezahlen soll, dann macht das natürlich dementsprechend nicht mehr so viel Spaß. Gerade bei geringeren Beträgen, da zahle ich ja mehr an Transaktionskosten, als ich vielleicht eigentlich an Geld verschicken möchte. Und als letztes Problem, was natürlich auch noch groß ist, was oft bemängelt wird an Kryptowährungen, ist, dass der Energieverbrauch natürlich auch sehr hoch ist bei Ethereum. Ethereum läuft Proof-of-Work, also gleich wie Bitcoin, verbraucht dementsprechend sehr viel Strom weltweit. Und durch so ein Upgrade, beziehungsweise durch einen Wechsel auf Proof-of-Stake, wird natürlich auch der Stromverbrauch stark nach unten gehen. Soviel also grob zu den Problemen, die jetzt eben behoben werden sollen. Was passiert jetzt aber eigentlich? Bei dem Merge ist Ethereum eben von Proof-of-Work auf Proof-of-Stake gewechselt. Und warum eigentlich? Was ist genau der Unterschied? Ich habe dazu mal ein ausführliches Video gemacht. Falls euch das ansehen möchtet, könnt ihr gerne in die Videobeschreibung gehen, das einmal anschauen. Zusammengefasst kann man sagen, beide Konzepte haben das gleiche Ziel, ein funktionierendes System zu schaffen, an dem jeder teilnehmen kann und was es ermöglicht, Kryptowährungen weltweit zu verschicken und die Blockchain sich dezentral organisiert und von keinem Einzelnen kontrolliert werden kann. Bei Proof-of-Work funktioniert das über das sogenannte Mining. Um einen neuen Block der Blockchain hinzuzufügen, treten Miner weltweit in einem Wettrennen gegeneinander an, um möglichst schnell ein mathematisches Rätsel zu lösen und dann den neu generierten Block der Blockchain hinzuzufügen und dafür eine Belohnung in Form von neu erzeugten Coins und allen Transaktionskosten dieses Blocks zu erhalten. Der ausschlaggebende Faktor ist hier die Rechenleistung. Je mehr Rechenleistung man als Miner aufwendet, desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass man einen neuen Block findet. Bei Proof-of-Stake ist der ausschlaggebende Faktor nicht die Rechenleistung, die man aufwendet, sondern die Anzahl an Coins, die man staked, was einfach nur bedeutet, dass man sie dafür verwendet, um an dem Prozess teilzunehmen, einen neuen Block zu finden. Personen, die ihre Coins staken, nennt man auch Nodes. Der Algorithmus wählt dann zufällig einen beliebigen Node aus, der dann einen neuen Block der Blockchain hinzufügen darf und ebenfalls eine Belohnung erhält. Je mehr Coins man staked, desto größer ist auch die Chance, vom Algorithmus ausgewählt zu werden. Das heißt, durch dieses Upgrade erhofft man sich jetzt also eine deutlich bessere Skalierbarkeit, jetzt nicht mehr diese 15 Transaktionen pro Sekunde, sondern bis zu 100.000 Transaktionen pro Sekunde, deutlich niedrige Transaktionskosten. Aber das Problem ist jetzt erstmal aktuell tatsächlich, gehen diese Transaktionen runter? Nein, nicht wirklich. Und werden diese Transaktionen jetzt mehr möglich sein? Auch nicht wirklich, sondern gehen sogar leicht nach unten. Warum? Weil bis diese tatsächlichen Möglichkeiten hier komplett ausgearbeitet werden sind, muss erst noch das sogenannte Blockchain-Sharding erweitert werden, weil momentan die grundlegenden Rahmenbedingungen sind noch relativ gleich. Der einzige Unterschied ist jetzt eben, dass man nicht mehr über das Mining die neuen Blöcke findet, sondern eben über das Staking. Das sind jetzt aber die logischen nächsten Schritte, die natürlich geplant sind. Ob das Ganze dann wirklich so erfolgreich abläuft, das werden wir in Zukunft sehen. Aber das ist natürlich der grundsätzliche Plan, warum man in die Richtung gegangen ist. Eine weitere Änderung, die hier stattfinden soll, ist, dass jetzt die Belohnungen, die die Miner vorher, jetzt die Staker bekommen, runtergehen sollen. Vorher waren das ungefähr 13.000 Eter pro Tag, die neu dazukommen. Jetzt nach dem Merch sollen es ungefähr 1.600 Eter pro Tag sein. Wir sehen aktuell, dass das nicht so ganz stimmt, aber grundsätzlich kann man schon hier sehen, dass hier ist die Kurve der Menge an Eter, die es insgesamt gibt. Das sind ungefähr 120 Millionen. Und da sehen wir eigentlich schon hier bis zum Merch, hier hat der Merch ja stattgefunden, ging es etwas steiler. Und jetzt geht diese Kurve schon etwas flacher nach oben. Das bedeutet natürlich insgesamt gut für den Preis auf jeden Fall, rein aus dieser Sicht, weil es weniger neue Äter gibt, die dementsprechend auch verkauft werden können. Das heißt, das Angebot, was neu dazukommt, wird kleiner. Und das ist dementsprechend natürlich gut für den Preis und sorgt dafür, dass es nicht mehr ganz so eine hohe Inflation gibt. Noch ein weiterer Vorteil, den wir jetzt auch direkt natürlich schon sehen können, ist, dass der Stromverbrauch deutlich sinkt. Tatsächlich wird geschätzt, dass es nicht ganz glaubt, dass es wirklich so stimmt, der weltweite Stromverbrauch soll jetzt durch dieses Upgrade um 0,2% sinken. Finde ich schon eine sehr hohe Zahl. Ob das so genau stimmt, weiß man nicht, aber habe ich jetzt schon öfter gelesen, diese Zahl. Jedenfalls ist es so, dass jetzt durch dieses Upgrade der Gesamtstromverbrauch von Ethereum um mehr als 99% gesunken ist. Es gibt aber natürlich bei allem, wo es Vorteile gibt, auch immer Nachteile. Und die möchte ich jetzt noch kurz beleuchten. Und wir haben jetzt natürlich bei diesem Upgrade, was auch viele Leute bemängeln, das grundsätzliche Problem bei Blockchains, dieses Trilemma zwischen Skalierung, Sicherheit und Dezentralisierung. Das sind hier eben grundsätzlich diese drei Bereiche, die wir eben haben. Und je mehr wir uns, wir können uns hier nur in diesem Dreieck praktisch aufhalten und wir müssen immer einen gewissen Kompromiss eingehen. Und wenn wir mehr Skalierung wollen, haben wir weniger Sicherheit und Dezentralisierung. Wenn wir mehr Dezentralisierung wollen, dann kommen wir hier auch nicht an alle drei Punkte. Wir können jetzt beispielsweise mal sagen, ja hier ist zum Beispiel Bitcoin, BTC, sehr hohe Sicherheit, eines der sichersten Netzwerke der Welt. Dezentralisierung auch auf jeden Fall nicht schlecht. Nicht ganz so dezentral, wie man sich es vielleicht vorstellen könnte. Nicht jeder von uns ist jetzt irgendwie Miner oder so und auch viele lassen noch keine Node laufen, aber trotzdem nicht schlecht. Und Ethereum war vielleicht vorher, sagen wir mal, irgendwo hier. ETH hatte schon ein bisschen bessere Skalierbarkeit als Bitcoin-Konsens. Ich konnte ein bisschen mehr Transaktionen in die Sekunde fahren und so weiter. Hat sich jetzt damit definitiv näher in den Punkt hier Skalierung bewegt, damit aber weiter weg von Sicherheit. Dezentralisierung ist so ein schwieriger Punkt. Es ist jetzt natürlich einfacher teilzunehmen. Wer hat schon vorher Mining betrieben oder Node laufen lassen? Jetzt ist Stake natürlich deutlich einfacher. Grundsätzlich aber muss man auch schauen, man hat auch hier bei dem Punkt Dezentralisierung einen gehörigen Nachteil bei Proof-of-Stake-Netzwerken. Einfach aus dem Grund, wenn jemand einen gewissen Stake hat, also beispielsweise ihm gehören 50% des Netzwerks, dann gehören die dem erstmal für immer. Er bekommt natürlich dementsprechend die 50% der neuen Rewards. Das heißt, dem sein Stake-Anteil im Gesamtnetzwerk ist garantiert und das Ganze für immer. Man kriegt die auch nicht mehr weg von dem. Und das ist eben bei Proof-of-Works besser und natürlich besserer Punkt der Sicherheit und auch Dezentralisierung, weil andere ganz einfach Rechenleistungen neu hinzugeben können und dementsprechend den Anteil der Rechenleistung wieder wegnehmen können. Das heißt, man hat hier, wenn man einmal 50% hat, hat man die garantiert, man kriegt die nie mehr weg. Bei Bitcoin und bei Proof-of-Work eben nicht. Da kann einer 50-60% haben, alle anderen können ihre Maschinen neu anschmeißen, haben auf einmal mehr, aber die Menge der Coins kann man ja eben nicht beeinflussen, die ist nun mal gecappt, Rechenleistung eben nicht. Und zusätzlich bei dem Stake, der bleibt immer gleich viel Wert. Bei Rechenleistung gibt es natürlich Entwicklungen, effizientere Geräte, man muss ständig dabei bleiben, um einen gewissen Anteil halten zu können. Das heißt, das sind also die Nachteile, wir sind näher am Punkt Skalierung, dafür aber weiter weg von Sicherheit und Dezentralisierung. Jetzt zum Abschluss, ist das Ganze jetzt gut oder schlecht? Ich persönlich finde es gut, weil einfach Ethereum teilweise wirklich nicht mehr nutzbar ist. Wenn Transaktionen so teuer sind, gerade bei solchen dezentralen Anwendungen, NFTs und dem ganzen Spaß, der darunter laufen soll, dann müssen die Transaktionen einfach schnell und günstig sein. Deswegen gibt es ja auch so viele andere Netzwerke, wie beispielsweise Solana, Cardano, die alle eben dieses große Problem von Ethereum angehen. Trotzdem, ob die ganzen Versprechen gehalten werden können und ob die Sicherheit trotzdem ausreichend ist, weiß man nicht, wird man jetzt in Zukunft sehen. Ich persönlich finde es aber gut, weil wir können das Ganze jetzt beobachten. Und ich sage mal, wenn das Ganze jetzt wirklich gut und erfolgreich läuft, dann ist es definitiv etwas sehr Positives für Ethereum und dann wird es hoffentlich in Zukunft auch wieder mehr Spaß machen, das Ethereum-Netzwerk zu nutzen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.